ein herzliches hallo meine freunde weiter geht's mit der black ops beta und wir können noch keinen anderen spezialisten beziehungsweise andere fähigkeit einsetzen denn dafür braucht man natürlich auch wieder ein freischalt token ja ist das eine alte das ist doch eine alte frau hat ob Gott eine frau oder sind ja noch peinliche um ja nächsten beim nächsten Video nie beim nächsten ich aber bei der nächsten um Partie werde ich da mal mit dem Bogen reingehen denn dann dürfte es sich das mit dem freischaltigen und den Bogen ausgehen jetzt müssen wir erst mal ganz die wir uns Zeit läuft ich rede nur scheiße etwas ist halt los ich weiß heute ist Samstag aber so viel Scheiß habe ich schon lange auf dem Samstag nicht mehr geredet Speer erledigt das Panzerkreis das Panzerkreis ich bin so schlecht Scheile urecht Scheile urecht und ein Buchstattierweltmeister betonen auf Bier Nein Nein ich runterfall erledigt das war nicht so toll ach leck mich komm schon ich bin mich veraschen ich bin ausgeschaltet nein 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 das war absicht wie alles weltstatus wieder hergestellt meine fresse 25 ich weiß gar nicht ob ich mich das überhaupt hochladen aber ich habe euch gewarnt ich könnte kotzen ohne verfickte scheiße könnte ich kotzen erledigt heute geht's gar nicht feindliche drohne nähert sich ich weiß ich bin schlecht aber ich habe euch gewarnt spiele es wirklich multiplayer spiele ich wirklich schon sehr selten und sehr ja ein abschuss das muss schon gebührend gefeiert werden wenn ich mal erledigt zwei hinterher hat er schon fast eine ganze killserie für mich sagte er und starten das ist doch eine von uns oder wenn die markiert ist ja stell dich immer hinter die hinter dem kollegen damit er doppelten abschuss bekommt das ist der moment drin wo meine stimmung so ein bisschen angeschlagen ist feindliche drohne näher zu gehen da war doch gerade einer ihr enttäuscht das abkommen kämpft härter achten feindliche vorwärte von oben feindliche konter drohne in der luft radar offline feindliche schwebeladung im operationsgebiet ein sieg ist nicht mehr drin black ops rückkehr zur basis ja müssen klüger kämpfen das war interessant mehr oder weniger interessant mehr oder weniger wie mehr bedrohung gefunden ach leck mich doch am sack das ist absichtlich will die gegner nur in sicherheit wiegen das ist alles hat mein arsch das mikro versteht ich hoffe das passt jetzt ein bisschen verbogen wieso ist das mikro verbogen ich habe keine so jetzt dürfte ich aber wieder ein freischalt token haben waffen im anschlag und wird zwar wahrscheinlich auch nichts werden aber was soll's machen die 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 das Ding Level 30 willst du mich ver... Level 30 Wie wenig Leben muss man haben, dass man Level 30 ist in der Beta Team Deathmatch Mich ehrlich am beharrten Arsch, Mann Fick die Wand Level 3 Das Ding läuft jetzt seit 2 Tagen Outrider meldet sich für Überwachung Bin ich gespannt, wie der Bogen ist Waffenscharf Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, wo man das sieht, wann die Spezialfähigkeit vor... Ach, da rechts unten ist, na gut Erledigt Anate, Bewegung Feind am Boden Das hat die nicht erledigt Ich hasse euch Von tiefstem Herzen, ich hasse euch Was ist das, das ist ne scheiß Schrotflinte meine Fresse Mit der kann man nicht über 10 Meter jemanden... Oh, ich kommt Kotzen Ragequid gleich hoch 3 Gebratze Natürlich jetzt kommt der eine Typ übernicht Erledigt Na... Ich weiß nicht, was heute los ist Ich kann nicht reden und vom Spielen baue ich jetzt gerade gar nicht erst... Gar nicht erst... Wie steht denn der jetzt da? Gar nicht erst anfangen Hellstorm unterwegs Echt schlecht, also ich weiß, dass... Das ist sogar für meine Verhältnisse schlecht Drohne nähert sich Drohne nähert sich Hubert Okay Na Wie geht's? Wies 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 Was ist das? Nehme ich wenigstens die mit. Oh Gott. Genau deswegen nehme ich den Dogen nicht her, weil das bringt bei mir sowieso nichts. Weil bis ich den einsetzen kann, bin ich dreimal gestorben. Wenn da eine Schadfützengewehr ist, ja klar. Verbündete Drohne nähert sich. Der Sieg ist in Richtung. Weiter so. Oh Mann. Drohne nähert sich. Mit der Schadfütze drücken. Mal wieder für den Arsch. Da kommen die doch. Ich werde gleich wieder abgeknallt. Ich sehe das schon kommen. Ach, legt mich Leute. Ich gehe da rein. Ich frage mich nicht mehr hin. Ja, gewonnen. Alles allein mein Verdienst. Fabian weiß, was ich meine. Sie konnten sich nirgends vor mir verstecken. Ja, war schön. Level 30. Ich könnte kurz. 31. Wenigstens war ich nicht der Schlechteste. Das war es eigentlich schon richtig schwer. Und der eine ist Level 24. Ja. Ich weiß nicht. Sollen wir noch ein paar drauflegen? Ne. Ne, legen wir nicht. Ich brauche jetzt eine Pause. Vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn ihr wollt. Wenn ihr noch Nervenausstahl habt wie ich. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen Leute. Tschüss. Tschüss. Sieg aufs Kiski. Ski. Tschüss.